So, jetzt richten wir das hier mal alles an. Unsere Pilspfanne. Wunderbar, das reicht schon. So, und jetzt machen wir unseren Spargel. Ja, ich weiß, man sieht es. Ja, es ist heiß. So, das reicht schon. Das ist wunderschön. Geben wir noch ein bisschen Kräuter drauf. Die, die wir vorhin in der Pilspfanne hatten. Und fertig ist ein wunderbares, veganes Gericht. Guten Hunger!